Oh, ich schwebe in der Luft, wie cool. So, let's go. Ich auch. Scheiße, ich kann euch nicht helfen. So, warte. Scheiße, ich stehe hier oben, ich komme nicht runter. Nein, aber hier ist eine weiße Kuppel und ich komme da nicht dran vorbei. Eine weiße Kuppel, wo? Ich, ohne Witz. Oh nein. Oh nein, jetzt bin ich in der Kuppel. Nee, guck mal, ich laufe zweidens rückwärts. Du warst bei mir im Kreis. Boah, also ich glaube, mit drei Leuten ist das Spiel überfordert. Nein, Quatsch. Das ist ja teilweise mit einem überfordert. Keine Ahnung, habe ich nicht. Was ist denn jetzt los? Wie du einfach neben mir aufgetaucht bist. Ich weiß nicht warum, ich stand mitten in der Stadt, war am Handeln. Ja, ich habe Rechtsklick auf dein Porträt gemacht und Spieler zwingen, hierher zu kommen. Klasse, danke. Bitte. Ich habe bestimmt 15.000 Gold für Transmorgen und Farbe ausgegeben und jetzt ist das zurückgesetzt. Oh, plötzlich werde ich hier reingeportet. Lol, und ich werde ausgeblattet. Wer steht da vor der Tür? Lol. Ich bin zu stark für euch. Ich darf nicht mitmachen. Ich jedem empfehlen, ne? So, ich kann, warte, ich stehe mit euch im Kampf da, aber ich kann hier ganz entspannt verkaufen und einkaufen. Ja, bringt nichts. Oh, scheiße. Die Stadt ist schwarz. Ich habe schon mal den nächsten Wegpunkt gesaved. Das ist gut. Ja, mein gut, das ist echt gut funktioniert. Das sieht aber wirklich geil aus jetzt. Ich bin zuos. Das ist schön. Ich bin zu uns, äh, ja. Ich bin zuos. Ich bin zuos. ich bin zuos. Vielen Dank.